Ja, man ist schon anders privat im Vergleich zum Platz, also privat bin ich ja dann schon eher herzlich, lustig, lieb und auf dem Platz ist natürlich dann schon anders, da ist man frechen Dribblings oder harten Zweikämpfen, da verändert man sich natürlich schon in gewisser Weise. Mit fünf Jahren zum Fußballspielen angefangen und ja, ich kann einfach sagen, dass der Fußball meine größte Leidenschaft ist. Ja, deswegen war es für mich immer klar, dass Fußballspielen eben das ist, was ich dann auch zu meinem Beruf machen will. Ich bin dann mit 16 kurz gezogen, war natürlich am Anfang nicht leicht, aber ich habe immer gewusst, warum ich das mache und wofür ich es mache. Der Traum, dass ich einmal Fußballprofi werden will, dass ich in der Nationalmannschaft spielen will. Mein Name ist Alisa. Mein größter Traum ist es, in der Nationalmannschaft zu spielen, genau wie Sarah Debritz. Ich finde es einfach cool, wie sie die Tricks macht und ihre Tore, wunderschön. Also irgendwann möchte ich auch mal so eine Tore machen. Ich würde unbedingt mal so spielen wie Sarah. Hi Alisa, wie geht's? Hallo Sarah. Hi, zusammen spielen. Wie lange spielst du denn schon? Ich spiele mindestens vier Jahre. Und du? Ich spiele schon noch ein bisschen länger. Ich spiele schon fast 20 Jahre. Hast du einen Tipp für mich? Ich denke, Talent ist nicht alles. Es ist wichtig, dass man im Fußball ehrgeizig ist, dass man diszipliniert ist. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Wenn man Spaß daran hat, dann kommt der Ehrgeiz von allein. Das ist natürlich, denke ich, noch ein weiter Weg dorthin, aber auch für die zukünftigen Generationen wäre es ein Traum, wenn man am Wochenende zum Frauenspiel fährt und einfach das ganze Stadion voll ist. Schau mal, du bist Weltmeisterin. Oh, danke. Bei uns, also wir haben ja Turniere. Wie erst einmal kriegt jeder seinen eigenen Töner. Wir sind ja stark. Wir sind die Beste.